Ja hallo, wir sind die Firma Aulendorfer aus Aulendorf und wir backen seit über 30 Jahren. Wir sind der Familienbetrieb von der Firma Holzofenbeck, ein Ableger vom ersten Dinete-Stand, den es überhaupt auf Märkten gab. Und wir machen Dinete in verschiedenen Variationen, wie man hier sehen kann. Wir machen auch Süße, Mohn, Nuss, Vanille und Zimtschnecken, Salzstangen oder Seelen, besser bekannt. Ja und dann halt fünf verschiedene Dinete. Welcher Wochenmarkt seid ihr unterwegs? Wir sind noch in Bad Saulgau, sind wir auf dem Wochenmarkt, immer mittwochs und samstags. Und dann sind wir auch noch, ja manchmal sind wir an so einem Edeka, beziehungsweise ich muss noch kurz schauen. In Altshausen am Edeka sind wir auch noch und sonst sind wir halt auch auf verschiedenen Veranstaltungen in Süddeutschland. Weihnachtsmarkt in Mannheim sind wir zum Beispiel mit unseren großen Anhängern. Das sind jetzt eher die kleineren Anhänger. Genau, genau, sonst auf, also wir sind auch auf verschiedenen Mittelalter Märkten, Stadtfesten, also überall sind wir unterwegs. Okay, danke. Bitte.